jack it up heute gibt es mal wieder die food champions weekend league rewards und hier haben wir die food champions weekend league rewards und division rival rewards bei division rival rewards habe ich euch auf instagram gefragt was wir nehmen sollen und ihr habt euch entschieden für 50k pack und ein 35k set halt tauschbar nehmen wir das ich hoffe das war gut im gegensatz zu den 44.000 münzen habe nämlich nur rang zwei erreicht ich habe eigentlich nur weekend league gespielt und sonst drei oder zwei spiele sonst nur so und dafür sorgen 50 und 35k set nehme ich gerne mit und let's go 35k set keine walkout aber dafür ein schlitz basilien stürmer ressus nein natürlich jonas 84 mal gucken was sagt ob da noch was hinter sein kann ob sie und gewalt und nächstes set und zwar das 50k set let's go bitte walkout nein kein walkout deswegen schade inform wenigstens nigeria stürmer ist das sind lol egal oder ist jetzt gewechselt noch gewechselt also vorher bei links gespielt bei wetford wo ist das jetzt bei ok so hier haben wir die weekend league rewards gold 1 habe ich erreicht bisher meine beste weekend league zwei spiel auswahl 50 100 kfx und 50 k münzen zwei champions 2000 qualifikations punkte let's go und ich brauche alexandro oder sowas ja moin hey müssen wir wähler mitnehmen der sieht von denen noch am brauchbaren aus dann vielleicht lässt sich einmal echt ein wechseln so ich brauche alexandro oder chesney oder bay van dyke oder was anderes let's go come on bitte was geiles letzte woche hatten wir ja let's go freunde 87er roth alex sandro ich habe ohne witz habe ich mir schon gedacht dass wir den ziehen wie auch mit dem mbp nice alltag bin ich aber wieder zufrieden mit dank dank krank krank und da kam auch schon wieder auf uhr so als die beiden 100k packs kann von mir aus echt nur rotz oder so drin sein aber werden walkout natürlich geil oh mein gott nicht kein walkout bitte in wir doch in form ja moin schon wieder egal kann hier überspringen alter was ist das denn für den z mann oh unser video ja wohl alter nein wenn sie machen wir auch noch drin war mega hat sich auf jeden fall gelohnt die mega es gab 100 nächsten 100 karset lego bitte ein walkout come on kein walkout holland tv office klinja der frei achte scheiße aber zum glück immerhin schlitze und wenigstens wenigstens schlitze wenn es kein walkout ist ach du kacke was das sind für ein set man dabei haben wir hier nur drin und rüdiger der ein bisschen was wert sein kann darin der rest ist eigentlich nur scheiße naja der rest ist wirklich nur scheiße hier sehen noch mal ein team wo den alexandro können wir auf die transferliste packen und den roten alexandro gerne reinpacken zwei rote karten die schon brauchbar sind nice alter alexandro und mb hier oben also die wöchentlichen rewards der sie roten champions karten aber ich bin es jetzt auf jeden fall lag drin gehabt ich würde mir gefallen hat gerne da oben da abonnieren wenn ihr mehr sehen wollt macht's gut und rein und ciao